Wo ist das ganze Team? Wo ist der Lichtmann? Wo ist der Regisseur? Wo sind denn alle? Was habt ihr getan? Habt ihr mich bewusstlos gemacht mit diesem verfickten Shampoo oder was? Gott, steh uns bei. Gott soll uns bei stehen? Wobei? Ich... Wo sind alle anderen? Aber sie schreit mich an! Okay, Schatz, alle kommen gleich. Beruhig dich. Hör auf. Ist vorbei. Es ist alles okay, meine anderen. Bleib du hier. Du bleibst hier. Komm, Kinder. Komm. Komm, mein Sohn. Komm. Komm. Geh doch alles. Komm. Geh mal. Keine Lärm. Okay? Ja, lass. Komm. Jetzt. Und dann?